Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil, Quintil zwischen Sonne und Mars, ein sehr mächtiger, ein sehr magischer, ein sehr spannender Aspekt und wir sehen hier eben diese beiden Kontrahenten auf der einen Seite, unsere Heimat eingeschlossen und geschwächt durch das 12. Haus, eingeschlossen im 11. Haus im Krebs, man möchte sich auf die Heimat besinnen, auf Krebs gerade, man möchte für die eigene Bevölkerung mehr tun und gleichzeitig sehen wir den anderen Kontrahenten, Herrscher des 9. Hauses, der Wilde Westen, der hier aus diesem Quadrat zu Pluto leicht abzulesen, eine große Angst vor Macht und Kontrollverlust hat und schauen wir uns einmal an aus der Sicht des Wilden Westens, wer ist denn, wer ist denn der Pluto? Da zählen wir, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, also das heißt, Pluto steht für den Niedergang, für den Niedergang und zwar steht er aus deren Sicht gesehen im 2. Haus, das heißt, der Herrscher, ich berichtige, ich berichtige im 9. Haus, im 9. Haus, das wäre dann, naja, die Macht über die Ferne, also das heißt, aus der Sicht des Wilden Westens, wären wir die Ferne, wären wir das ferne Ausland, ja. Und hier ist eben die Angst, die Kontrolle über die Ferne, also über Europa zu verlieren und das führt dann halt zu diesem schwierigen, aber auch machtvollen Aspekt. Schauen wir mal, was der Uranus an der Spitze, ziemlich genau, also nicht exakt, aber ziemlich genau an der Spitze des 10. Hauses hat. Ich möchte mal schauen, die Grade, wir haben 17 Grad 10, Spitze 10. Haus, Uranus 17, 42, also auf 32 Minuten, auf ein halbes Grad, also ziemlich enger Aspekt. Und das heißt, Uranus ist der Herrscher des 6. und 7. Hauses, das zeigt uns, Spitze 7. Haus auf Fischegraden, das heißt, Verträge, die ohnehin schon nicht mehr funktionieren, die auslaufen, um Handelspartner, die verloren gehen und hier 6. Haus noch einmal zeigt uns entweder zwei Dinge auf, entweder handelt es sich um kranke Verträge oder wir haben auch Verträge im Zusammenhang mit dem Frostschutzthema, beides geht, ja, aber das bereitet auf jeden Fall den Staatsipaten große, großes Kopfzerbrechen und übernimmt auch hier, wenn ich das mal so sagen darf, die Führung, ja, ganz interessant, dass genau an der Spitze des 10. Hauses sozusagen diese Verträge offensichtlich sind, die das Sagen haben, ja, Verträge im Zusammenhang mit dem Frostschutzthema, die jetzt irgendwie schlagend werden dürfen, also sehr, 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 sehr verwirrende Geschichte, die hier läuft, ja, und wo sind die Staatsipatenherrscher von 10? Befindet sich auf, ja, kurioserweise, auf Krebsgraden, ja, auf 8 Grad 41, ja, ja, Volksgenossen, wir wollen nur euer Wohl und euer Bestes und es waren immer nur die Gesundheit der Bevölkerung, unser Anliegen und wir waren selbstlos und freundlich und lieb. Ja, die Schallmein, Dudelklänge können wir schon überall vernehmen, die Beschwichtigungen, die Relativierungen, ja, wir wollten, wir hätten, wir mussten nicht und wir bla bla bla, großartige Sachen, die laufen und die Venus ist in den Zwillingen sehr kommunikativ, sehr luftig, sehr sozusagen flexibel, wenn wir es mal so ausdrücken wollen. Gleichzeitig steht aber auch die Venus für das dritte Haus, das heißt, für das Wirtschaftssystem, Wirtschaft, was habe ich noch dazu gesagt? Wirtschaft, Handel, Industrie, genau. Also das heißt, für die Wirtschaft und was könnte das bedeuten? Naja, wir haben hier auch sozusagen den Ernst der Lage, ja, der Ernst der Lage herrscht von 3 in 10, das heißt, die Lage ist ernst, offensichtlich wird hier kommuniziert und hier würden dann die Krebsgrade bedeuten, kommuniziert, ob man hier nicht im eigenen Lande etwas machen könnte. Andererseits könnte das dritte Haus auch für die Medien stehen, das heißt, dass die Medien no, na, net, sozusagen unter völliger Kontrolle unserer Stazipaten sind und dort eben aus dem Volksempfänger sozusagen nur die Wahrheit und nichts als die reine Wahrheit kolportieren. Ja, was sehen wir noch? Wir sehen, geht sich aber zweites Haus nicht aus, das Finanzsystem, oh ja, geht sich aus, geht sich aus 1754, das sind bereits Skorpiongrade, die zeigen uns auf, dass das Finanzsystem in Schwierigkeiten ist, naja, war nicht anders zu erwarten, Herrscher von 2 in 10, das heißt, die Lage ist einerseits ernst, auf der anderen Seite sehr konzentriert und mit Merkur in den Zwillingen auf Schützegraden ist man natürlich sehr nervös, aber auch hier sehr clever und sehr raffiniert und gleichzeitig sehen wir wieder die Konstellation, Herrscher von 2 und Herrscher von 11, ja, also das heißt, Merkur ist gleichzeitig Herrscher des 2. Hauses und Herrscher des 11. Hauses, das heißt, wir haben hier wieder die unselige Verbindung, Gelder und Verbündete starten und dass dieses Thema jetzt sehr, sehr ernst ist. Aber ich sehe jetzt hier als Aspekt, ist der Neptun schon schlagend, wenn ich das, naja, Neptun 25 wäre bereits ein schwaches Quadrat auf 4,5 Grad, kann man gelten lassen und Neptun wäre dann natürlich als Herrscher des 8. Hauses in 8 für, sowohl für das Finanzsystem als auch für die verbündeten Staaten. Ich würde das in Summe dann einfach als den Euro bezeichnen, ja, der Euro, weil das ist sozusagen der Staatenverbund, der Euro-Mitgliedstaaten, dass hier schon starke Auflösungs-, oder starke, ich meine, dass hier jetzt schon Auflösungszeichen erkennbar sind, nicht erkennbar natürlich für Christine Lagarde-Robe, die wieder einen grünalternativen Preis entgegengenommen hat, weil sie sich so sehr um CO2- und Umweltschutzanliegen annimmt und ich finde das auch großartig und wunderbar und das gehört auch honoriert, nur leider hat sie ihre Funktion vergessen, für die sie eigentlich fürstlich entlohnt wird, aber wie gesagt, ich glaube, man soll die Dinge nicht so eng sehen, man muss das immer großzügiger sehen, gar keine Frage. Die Mondenergie, hier haben wir den Mond im Krebs, also sehr einfühlsam, aber auf Schützegraden im 11. Haus eingeschlossen, das heißt, die Gefühlsenergie kommt derzeit nicht so richtig zu tragen und wird natürlich auch bedeuten, dass hier sozusagen, naja, im Bereich der Alliierten es zu starken emotionalen Momenten vielleicht kommen könnte. Wir sehen den Saturn als eingeschlossenen Herrscher des 5. Hauses, im 6. Haus ist er noch am Deszendenten, ich würde fast ja sagen, Deszendent ist 28,35, Saturn ist 24,44, geht sich eindeutig aus, also das heißt, der Saturn gilt noch für den Deszendenten, aber wir sehen, er ist untergegangen, er ist rückläufig, er ist im 6. Haus, schaut nicht gut aus und ist obendrein noch eingeschlossener Herrscher des 5. Hauses, also auch hier erkennen wir, dass das Thema Wohlstand, Wachstum und Lebensstandard, auch Urlaube, ja, auch Urlaube sind hier sehr schwierig besetzt, da funktioniert vieles nicht mehr und Spitze 5. Haus steht zwar im Schützen, also jetzt ist der Saturn nicht der unmittelbare Chef, aber der Chef des 5. Hauses, der Jupiter, Jupiter befindet sich im 8. Haus, naja, ob das besser ist, wage ich zu bezweifeln, Herrscher von 5 in 8, würde ich sagen, das Thema Wachstum, Wohlstand ist sozusagen stark im Rückzug begriffen, sagen wir es mal so, oder positiv ausgedrückt, ist in einer starken Transformationsphase begriffen, das würde aber auch bedeuten, wie gesagt, was ich vorher zum Saturn gesagt habe, mit dem Urlaub gibt es Schwierigkeiten und natürlich können diese Schwierigkeiten dann auch mit der Luftfahrt zusammenhängen, auch wenn ich jetzt hier, schauen wir mal, wie ist der Luftfahrt aus, ob der Luftfahrt die Luft ausgeht, naja, also die Luftfahrt, wenn das 9. Haus jetzt sozusagen die Luftfahrt wäre, die Flugzeuge ist das 11. Haus, ja, Flugzeuge wäre das 11. Haus, naja, 11. Haus mit Quadrat, also sowohl bei den Flugzeugen sehe ich ein Quadrat, als auch bei der Luftfahrt selber 9. Haus, also Mars-Pluto-Quadrat, also ich würde in keinen Flieger steigen, dass er das Kopf weist, ebenfalls darauf hin, aber bitte sehr, ich meine, was auch immer, ja, wie man die Dinge auch immer sieht, ja, ich habe, ich habe kurz mal nachgegeben, kurz ist ja schon lange vorbei, ich habe, ja, schon wieder Verschwörungstheorie wahnsinnige, Verschwörungstheorien, Lachgas, ja, Lachgas wird bezeichnet als, wie heißt das noch schnell, die, 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 Stickstoff, die, Stockstift, Stick, Stick, Dick, Dickstift, Stick, nix, 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 nixoxid, die Stickstoffmonoxid, jetzt haben wir es geschafft und sozusagen N2O, ganz spannende, spannende Geschichte und Nitrifikationen und hier unten haben wir dann die Eigenschaften und den Beitrag zum Treibhauseffekt, also ganz interessant und hier sehr, sehr kernige Aussage, seine Emissionen beim Anbau von Ölsaaten für Biokraftstoffe machen deren Beitrag zum Klimaschutz vollständig zunichte, also ganz interessante Aussage und hier steht Lachgas Emissionen weltweit, aber die wurden ja schon, die Zahlen wurden ja schon manipuliert, also angepasst, da steht CO2-Äquivalent, aber immerhin haben wir hier 1,2 und 2,2 sind 3,4 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent, also sicherlich auch eine bemerkenswerte Größe und all das könnten wir uns ersparen, können, ah, der Lusch ist hier, ich sehe den Lusch, was macht der und da, also ganz interessant und, äh, ja, Lusch, Pusch, Husch und wir sehen hier, äh, ja, Frau Eichsgenossen, die freie Energie ist eine Verschwörungstheorie, es gibt keine freie Energie, richtig, genau, ich wollte nichts anderes sagen, es ist völlig irreal, was hier geschieht, wenn sich jeden Tag rund um die Uhr seit Milliarden Jahren Billionen von Planeten drehen und bewegen und Sonne scheinen und was, sage ich mal, großartige Dinge, aber alles nur mit Dampf, alles läuft nur mit Dampfmaschinen, das ist den wenigsten klar, aber ich muss es jetzt einmal aussprechen, da es keine freie Energie gibt, bewegen sich alle Planeten im Kosmos, äh, die stärkste Kraft im Universum ist die Dampfmaschine, das ist, äh, wissenschaftlicher Faktstand oder Staktfand oder irgendeiner findet irgendetwas, ja, ich meine zugegeben, ja, das ist so absurd lächerlich, aber wie gesagt, wir haben jetzt erfahren, freie Energie gibt es nicht und das ist natürlich ein Trost. Ich habe heute kurzfristig, ja, kurzfristig, nein, kurz, geht ja nicht, kurz, geht ja nicht, ist ja auch schon wieder vorbei, eine, eine Frage gestellt, also schnell mal eine Frage gestellt und, ja, 451 hatten die Gelegenheit, sie auf die Schnelle zu beantworten und die Frage hat gelautet, ist in der Früh, ich habe es in der Früh erst gestellt, äh, auf seinem grünen Weg ins mittelalterliche Takatukaland wird der Eselkarren wieder an Bedeutung gewinnen. Wie siehst du diese Entwicklung? Die Anzahl der Stimmen ist jetzt nicht relevant, weil in der kurzen Zeit ist das doch eine sehr große Beteiligung. 9%, naja, lieber schlecht gefahren als gut gegangen, das ist der Pragmatismus, keine Frage. Wie wir das ja bei den Grünen jetzt auch sehen, äh, ja, Vollsgenössen, äh, es gibt gewisse Ideale, die man, äh, auch über Bord treten kann und wir schauen jetzt, dass wir die Kohlekraftwerke wieder aktivieren. Richtig, man muss die Dinge pragmatisch sehen, also Hauptsache, äh, die Ideologie stimmt, ja, das, was soll man sonst sagen? 8%, schwierig, oder soll ich den Esel vielleicht im Vorzimmer einquartieren? Nein, es muss nicht im Vorzimmer sein, du kannst ihm auch dein Bett zur Verfügung stellen, also wenn Tierschutz, dann konsequent. 68%, optimal. Es laufen ja genügend zweibeinige Exemplare umher. Esel-Exemplare kann man eigentlich zusammenfassen in S-S-Exemplare, na, wie geht das? Esel-Exemplare herum. 1%, da schiebe ich mein Auto lieber. Naja, Gott, ich meine, kann man auch, ja, kann man auch. Autoschieben ist cool, ja, ist cool, aber bitte nicht auf der Überholspur. 15%, supi, völlig öko, CO2-neutral und Dünger gibt es auch noch. Die Frage war nicht ernst gemeint, also ich vermute, ich hoffe, das ist dir schon aufgefallen. Und die Roswitha schreibt, eine super Vorstellung, ich liebe vierbeinige Esel. Naja, bitte, wir müssen bedenken, in der Vergangenheit, ja, in der Vergangenheit, ja, der Esel des Müllers, ja, ist ja noch in den Auszählreimen der Kinder vorhanden, ja. Müllers Esel, der bist du, ja. Also der Esel war ein wesentlicher Bestandteil unserer früheren Zivilisation. Ich glaube, ohne den Rücken und die Tragfähigkeit und die Belastbarkeit des Esels wären wir nicht da, wo wir heute wären, ja. Also ich finde, der Esel gehört auch einmal, wie sagt man, gewürdigt und geschätzt und das meine ich jetzt nicht böshaft oder zynisch. Böse, böse, böse kommt von dem altdeutschen Wort klein. Bösendorf heißt nur das kleine Dorf, ja. Der Günther schreibt, ich wähle drei und fünf. In Animal Farm war der Esel, war er der Esel? War das nicht das Pferd? Ich weiß nicht. Gegen die Schweine und, oder, nein, der Boxer war das Pferd. Und Vollöko, aber ob der Esel CO2-neutrale Verdauungsgabe, das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht, aber wie gesagt, vielleicht kann man hinten einen Methangassack anbringen und mit dem kann man dann wiederum, ja, davon eigentlich darf man gar nichts mehr. Aber ist egal, das ist wurscht. Es soll Spaß machen, das ist wichtig. Tierfragerin schreibt, diese Entwicklung sehe ich kritisch, dass leider wieder mehr Tierleid erzeugen wird. Naja, das sehe ich nicht ganz so, ja, weil wir würden wieder mehr Kontakt zu Tieren bekommen. Und ich glaube, die Kinder haben die Tiere, die Esel und Pferde sehr geliebt, ja. Also die Kinder und Pferde haben sich wirklich gut verstanden und wir haben all das aus unserem Leben total verbannt, ja. Also ich kann mir noch in meiner Kindheit an das Hufe, an das, wie sagt man, geklapperte Hufe, kann ich mich noch sehr gut erinnern, ja. Wenn die Hufeisen auf dieses Kopfsteinpflaster geklackert sind, das ist sehr markant gewesen. Ja, und die rosa Äpfel, die hat es halt auch gegeben. Ja, aha, aha, okay, Bagel schreibt, Gott sei Dank lernte ich in den jungen Jahren noch den Umgang mit einem Pferdepflug. Oh, wow, alle Achtung, ja, hinterm Pflug gehen ist nicht ohne, ist nicht ohne. Na gut, ich würde sagen, großartige Beiträge, danke für eure schnelle Entschlossenheit. Wie gesagt, diese Frage war halt eher im Scherz gemeint, also bitte nicht auf die Brief- oder Goldwaage oder auf die Feinstaubwaage legen. Und ich würde sagen, weiter zum vierten und letzten Teil, den habe ich ja schon vorbereitet. Dein Astrowolf, Ende.